Du hast glatte Haare und möchtest ein bisschen Bewegung reinbringen? Dann habe ich die perfekte Herbstrisur für dich. Zuerst gönne ich meinen Haaren die Recovery Maske, weil meine Spitzen gerade extra Feuchtigkeit brauchen. Schnell mit dem Hand betrocknen und dann schlappe ich mir mein Holy Grail Produkt. Eskeras Look Maldi Benefit Haaröl. Es ist super leicht, schützt vor Hetzend und gibt wunderschönen Glanz. Instant Chefs Kitz. Dann föhne ich meine Haare erstmal glatt. Jetzt kommt das Multi-Use Health Break zum Einsatz. Ich liebe es, weil es zwei Funktionen hat. Ich kann den Look fixieren und es fürs fitze Styling benutzen. Und genau das mache ich heute. Jede Strähne einsprühen und dann mit dem Glätteisen diese luftigen Meldes stylen. Als hätten die Haare diesen lässigen, vom Vincerts Haus natürlichen Look. Für extra Volumen und Textur nutze ich zum Abschluss noch das Text Raising Spray. Und voilà, fertig für die Herbstsaison. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020